Die Leute, die dort hinkommen, die haben ja nicht mit dem Piratenschiff irgendwo eingefangen, du kommst jetzt wieder nach Katar und wirst dort Zwangsarbeiter und musst dort arbeiten, sondern diese Leute gehen freiwillig dahin. Warum gehen die dahin? Weil für sie die Lebensumstände und der Verdienst dort in Katar besser ist als in ihrem Land. Also kapiere ich nicht, was Deutschland für Probleme hat. Dann soll Deutschland doch einfach, wenn die doch die Weltpolizei sind und die Moralapostel, dann soll sie einfach sagen, oh ihr armen Menschen, ihr Millionen von Menschen in den, es geht ja nicht nur um Katar, in den Golfstaaten, kommt zu uns und wir geben euch Asyl. Sollen sie es machen?